Tatort-Star Jack Breuer ist gestorben. Die Todesursache steht Tod von Tatort-Star Jack Breuer, Trauer um den bekannten Schauspieler. Die deutsche Schauspielszene hat einen ihrer verdienstvollsten Vertreter verloren. Jack Breuer, bekannt aus der beliebten Krimi-Reihe Tatort, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Der Verlust wurde von seinen Angehörigen und Fans gleichermaßen mit großer Trauer aufgenommen. Eine enge Quelle aus dem Umfeld des Künstlers sprach von einer plötzlichen Erkrankung, die zu seinem unerwarteten Tod geführt habe. Die genauen Umstände und die Todesursache sind von den Behörden noch nicht offiziell bestätigt worden. Insider berichteten, dass Breuer in den letzten Monaten gesundheitliche Probleme hatte, die jedoch nicht öffentlich gemacht wurden. Sein Tod kam daher für viele völlig unerwartet. Jacques Breuer begann seine Karriere in den späten 1970er Jahren und erlangte schnell große Bekanntheit. Sein schauspielerisches Talent und sein Charisma sicherten ihm zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen. Besonders in der Rolle des Kommissars in verschiedenen Tatortfolgen machte er sich einen Namen und eroberte die Herzen der Zuschauer. Ein ehemaliger Kollege sagte, dass Breuer sowohl als Schauspieler als auch als Mensch ein ganz außergewöhnlicher Charakter gewesen sei. Er habe stets mit Leidenschaft und Hingabe gearbeitet. Der Verlust wird nicht nur in der Schauspielbranche, sondern auch bei seinen Fans und Freunden tief empfunden. Viele Menschen teilten in den sozialen Medien ihre Erinnerungen an den Schauspieler. Ein Fan erklärte, dass Breuer für ihn eine Ikone gewesen sei, die nicht nur in ihren Rollen strahlen, sondern auch durch seine Authentizität und Bescheidenheit in der Öffentlichkeit beeindrucken konnte. Breuer hinterlässt eine große Lücke. Seine Familie betont in einem Statement, dass sie seine freundliche Art und sein Lächeln schmerzlich vermissen werden. Trotz seines Ruhms sei er eine unglaublich bodenständige Person geblieben, die ihre Wurzeln nie aus den Augen verloren habe. Die Trauerfeier wird in naher Zukunft stattfinden, wobei Details dazu noch bekannt gegeben werden müssen. In den kommenden Tagen werden Huldigungen in den sozialen Medien erwartet, die die Bedeutung von Jacques Breuer für die deutsche Fernsehlandschaft verdeutlichen. Viele Fans hoffen auf eine Würdigung seiner Leistungen, vielleicht sogar durch eine spezielle Tatort-Folge zu Ehren des Schauspielers, die seine vielseitigen Talente und seine unvergesslichen Rollen hervorhebt. Besondere Erinnerungen an seine bemerkenswerte Karriere werden auch in den kommenden Wochen in verschiedenen Medien und Blogs geteilt, während die Branche sich von einem ihrer großen Stars verabschiedet. Die Schar seiner Fans bleibt ihm ewig treu. Jacques Breuer wird nicht nur in seinen Rollen präsent bleiben, sondern auch in den Herzen der Menschen, die ihn gekannt und geschätzt haben. Dienstag, 24. September, 24.